hallo meine freunde ist wieder julian bors zum heutigen thema loridana was los mit dir es bist du komplett bananen im kopf oder was man ich erfahre du zockst renten ab oder was hast du beklaut 65.000 mann bist du noch nicht mehr ganz dicht loridana mann das ärger vom bors kam er wirklich kam er wird dich erwischen und dann war es das mit dir mit deiner plastik musik loridana was los mit dir soll julian zum bors dich mal besuchen und dann muss ich das mit der gang klären das ist was ich meine muss ich damit da dann kommen bam 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 oder was hast du keine erziehung genossen oder was zockst einfach alle leute ab ich nicht mehr ganz dicht mann leute 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 diese loridana ist nicht mehr ganz dicht meine freunde disliket sie nicht musik kaufen und so immer disliket sie die komischen musik ist kotzt mich an meine freunde ist kotzt mich an ich kann dieses weit nicht leiden meine freunde sucht die andere hobbys in der küche oder sonst wo aber doch nicht rappen mann du versaust andere rapper wie casey und sommer die hab ich immer gefeiert mann was sie mit der musik machen gar nicht mann gar nicht mann richtig schlechte muckere gemeinsam das liegt ich gehe deinen weg ich gehe auch gleich den weg hier zu dialogi darin wir klären das noch wenn wir uns begegnen dann sieht das noch mal anders aus auge in auge mit julian bors das war es dann dann gibt es zick zack klack weg war es das was ist mit der rapper karriere das verstanden wir sehen uns julian zum bors abonnieren und like nicht vergessen wenn ihr meine meinung sein und jetzt abonniert um zu julian bors army zu gehören sind die krassen wir vernichten youtube so meine freunde bis dann